hallo und herzlich willkommen meine sehr verehrten damen und herren zurück zu gold befürchtet es funktioniert heute mit max natürlich ja und wir und wir spielen oh gott soll ich schon gesagt dass lucas mit spielt ich weiß es nicht hier macht aber mit ihr dürftet ihnen vielleicht erkannt haben als die festgemacht ja wo man hört diesmal deine stimme das hoffe ich auch mal als erfordern das hat nämlich aber nicht geklappt naja hol ihn worden junger ach komm schon jetzt halt doch an das nickt die jenerzeit hier also kannst du nicht von unten du musst von oben drehen auf sau na hey was ist denn das jetzt pass auf jetzt nein ach komm schon ach gott wie dumm bin ich eigentlich hä ach man darf nicht abkürzen wie dumm bin ich eigentlich ratze bläde junge ich lege hier junge ich habe schon acht schläge gebraucht neun habe ich sogar gebraucht aber ich habe ich habe nicht verstanden wieso ich manchmal manchmal bin ich also alter na klar was denn hast du nicht geschafft ne ich bin so bescheuert neun hä ist das wohl ein witz ist das aber ein skandal ich bin durch den korb geflogen aber es hat nicht gezählt du bist auch gerade durch den korb geflogen ja von unten jetzt bin ich von oben durchgeflogen ich sammle richtig ja ich verstehe echt nicht was mit meiner maus hier los ist warum der immer abspringt vorher obwohl das gar nicht soll alter ich bin voll je in den scheiß ring gesprungen nein komm schon jawohl das war ja nicht so schlecht ich glaube ich habe hier basketball im blut alter das kann ja nicht wahr sein hä ich verstehe nicht ich verstehe nicht ich verstehe sie nicht tut mir leid ich habe rausgeflogen oder was du Hure ich bin doch hier drüben weil ich nicht rüber komme alter hast du das gesehen ne achja wo sind wir denn jetzt hier leck mich am arsch fuck you nein das gibt es doch nicht ja komm jetzt halt doch an jawohl hole in one in five jungen ich bin von unten gegen korb gehopst das ist mir auch schon passiert übrigens das haben wir das bei den kollegen geschätzten kollegen von piet smith gesehen deshalb vor allem kollegen als wären wir in irgendeiner weise auf irgendeiner stufe mit denen naja sie sind auch youtuber aber wir sind ja keine youtuber ich bin einfach nur student eigentlich und weil die gezwungen hier mitzumachen hilfe ach bitte du wirst doch freiwillig auf den quark hier endlich junger ja wo du ja auch mal zeit ach bitte wer hier fünf schläge mehr braucht muss ich gar nicht beschweren ich hab einfach nur einmal geklickt und bin sofort losgekommen bürdi 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 bürbürdi komm schon komm schon miau ach so das bringt ja jetzt gar nichts voll ach komm schon buge dumme sau buge 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 aaaaaaah Erkennst nicht das jute alte Lederbrot? Alter, was war das denn? Was machst du denn hier? Dann sagen wir mal mit mir oder was? Das ist immer noch mein erster Schlag hier, komischerweise Ja, bei mir warst du noch da aus Ach, Schiet Pah, Junge! Ne, komisch sieht denn das Wasser hier links aus Wo denn? Ja, warum sind wir jetzt wieder am Anfang? Na, wir sind immer am Anfang, irgendwie Pfff Nein! Da hat er zu viel gewollt Da hat er zu vorsichtig gemacht Hätt ich's mal gleich so gemacht hier Ich hab doch gar nicht gesprungen Du Arsch, Sau Nein! Oh, ich bin auf den Ring gelandet, wa? Alter Ich komm nicht an dich ran Ich komm nicht an dich ran Ich komm nicht an dich ran Wo müssen wir denn jetzt hier hin? Dahinter? Nein! Ach, Schiet Eger, Junge Das wär's ja jetzt gewesen Ich war auch ganz kurz davor Hä? Ich hab's das, warum? Warum? Warum springt der denn jetzt fünfer? Na immerhin, ey Das wird mir nur nicht viel nützen Oh! Hä, mein, der ist einfach los, hier springt schon bitte Ich könnte auch uns rüsten, ja Ich könnte auch uns rüsten, ja Und Bokeh Ich habe gehört, es gibt bald einen Vlog von dir und zwar aus dem Heidepark Naja Hä? Hä? Hast du? Nein! Bist du denn schon durch? Naja, ich versuch mich noch hier zu positionieren Wie viel Schlehe hast du? Ähm, neun Glaub ich Das kann doch nicht wahr sein Ich glaub, du musst früher abspringen Ich mach auch immer geradezu dolle Ja, so Zwölf, Junge Geil Boah Das war dumm Das war erst dumm von mir hier Ich bin der Fall Ich will wieder erwachen fallen Was mach ich denn? Das wüsste ich auch mal gerne, was ich hier mache Ach, bin ich scheiße, Junge Ach Gottchen, das ist das hier, wo man drüber fallen kann, ne? Das wird ja extrem schwer hier einzulochen Na gut, ich hab's geschafft Ich hab's auch gleich geschafft Boah, ein wenig, jawohl Nice Klasse Hey, wieso ist denn jetzt der Corp hier? Ach shit Jawohl, Birdie Boah 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 Zehn Punkte Ja Ich bin so scheiße Woher bin ich denn jetzt hier gefangen? Voll aufm Ring drauf, das kann doch nicht sein Boah Ich will mir ja nicht da überhaupt hinkommen Ach, schade Ja, aus der Position kriegst du's Nee, ich liege ja voll unterm Schild Ja, fast Hau kurz raus Ja, so müsste es aber klappen Und hops Hä? Bei mir ist es gerade durchgeflogen Und ströck, äh, spring Hä, ich bin gerade durchgeflogen Hä? Und nochmal Und nochmal durchgeflogen Hä, aber ich hab, ich war doch gerade drinnen Ich glaub das geht wahrscheinlich nicht, wenn du den Ball nicht selber schlägst Jetzt Doch Ja, jetzt hast du ja aber selber geschlagen und hast dich nicht nur vom Rollband da Alter Was? Wo bist denn du hingeflogen? Ich wollte eigentlich den hier machen Ich habe hier nicht mehr Und dann kann ich mich zu, wenn du das Keine Wurzeln Wurzeln Oh nein, das kann ja jetzt nicht wahr sein, ist schon durch ja, ne? Ja, ja. Ach, das war schon das letzte Loch? Ja. Schade, hätte ich mich mehr angestrengt, hätte ich es gewusst. Ja, meine Damen und Herren, das war's dir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.